Die 85x10 Spieler Packs sind zurück, habe ich natürlich sofort abgeschlossen. Wir sind noch immer in Foot Dispatch 1 und wir schauen, was mein Pack gönnt. Hoffentlich einen brauchbaren, spielbaren Spieler mal. Ja, ist er. Oh nein. Holy shit, Alter. Holy shit. What the fuck. Holy shit. Einfach MVP 97er. Alter. Puh, mir fehlen ein bisschen die Worte. Also, MVP 97er. Ja, gutes SPC Futterkapper. Ne, nimmt man natürlich mit. Also, wir schauen noch, was dahinter ist. Das ist krass. Das ist krass. Ja, dahinter eigentlich. Ja, Modric, Coman, Coman auch gut, aber ansonsten. Aber gut, man darf sich nicht beschweren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.